schwere wäre wäre einer jacht aber ich habe heute und gestern gestern habe ich den ganzen tag lang skript geschrieben beziehungsweise ich sag mal jetzt nicht den ganzen tag aber irgendwie so bestimmt so sechs bis acht stunden oder sowas habe mir richtig mühe gegeben habe dann heute morgen alle aufnahmen angefangen zu machen also heute morgen bis vor drei stunden vier stunden oder irgendwie sowas habt mich dann am pc gesetzt habe alle dateien übertragen und so weiter und dachte mir dann irgendwann so digga was machst du da eigentlich für ein bullshit so ich habe irgendwie keinen bock mehr auf dieses typische video machen so im moment ich fühle mich einfach irgendwie gerade so weil ich auch die ganze zeit mit dem neuen telefon hier so am rumtickern bin dass ich einfach viel mehr mit dem telefon machen soll aber ich habe irgendwie dass diese ganzen gedanken im kopf so von wegen ja du musst immer den dateien alles sammeln muss die mal anständig auf die festplatte packen muss das irgendwie alles immer irgendwie archivieren muss dann ordentlichen schnitt drüber machen muss eine schöne farbkorrektur machen und was weiß ich nicht alles und eigentlich mich gerade voll ab also ich weiß dass die motivation irgendwann wieder kommt so nicht umsonst habe ich ja alles irgendwie umgebaut mit irgendwelchen beziehungsweise mein vater hat das alles umgebaut mit irgendwelchen akustik schaum geschichten monitor angeschraubt und so weiter und so fort und irgendwie mit meiner kamera irgendwelche sachen habe da oben ja noch ein stativ gemacht und so aber im moment weil ich weiß nicht ob das an dieser ganzen geschichte hier liegt dass wir jetzt hier alle irgendwie nicht mehr so viel rausgehen sollen und so weiter aber es nervt mich gerade so sehr irgendwie dass ich selbst das lesen darf mich im moment irgendwie so ein bisschen aber wenn ich ehrlich bin hätte ich auch heute ein kleines bisschen mehr rausgehen können aber wir haben ja die ganze zeit irgendwie schneeregen gehabt jetzt gerade mal so ein bisschen besser geworden aber es ist doch irgendwie schon 18 uhr gescheiterter tag was soll ich euch sagen aber naja ich werde denke ich mal nachher noch ein livestream irgendwie machen und werde in der nächsten zeit bestimmt aber ihr wisst ja in alter brine manier ist nicht garantiert aber ich denke ich werde in der nächsten zeit ein bisschen mehr mit dem iphone machen und werde mal gucken dass ich euch dann nicht zu sehr überlade weil wie gesagt wenn du hier die ganze zeit alleine bist ich habe irgendwie muttis arbeiten papas irgendwie arbeiten mein kleiner bruder lernt für die uni und ich bin die ganze zeit nur damit beschäftigt mit irgendwelchen fortbildungsgeschichten so von wegen irgendwelchen büchern lesen also ich meine ihr seht schon hier und wenn ich jetzt zum beispiel so eine sachen sehe wie rich dead poor dead das habe ich irgendwie mal eine zeit lang gelesen ich mir jetzt auch irgendwie von wegen man muss auch eigentlich nicht sein muss der jetzt nicht irgendwie noch mal drüber gucken dann verliere ich irgendwie immer mehr so das interesse daran weil ich brauche irgendwie so ein bisschen ablenkung was nicht heißt ich hätte mir die heute nicht holen könnte mit dem rausgehen aber dann hätte ich halt durch den regen klatschern müssen und dann habe ich mich hier vorhin irgendwann hingehauen habe die ganze zeit bestimmt zwei drei stunden mein computer dann auf dem schoß gehabt und habe irgendwie daran gesessen und so dieses typische was ich halt sonst auch immer machst du mit dem video bearbeiten und hatte dann irgendwann einfach keinen bock mehr und ich weiß nicht warum das gerade so ist aber naja ich werde jetzt in der nächsten zeit ein bisschen mehr mit dem iphone machen und weniger irgendwie so auf besonders gute oder mir gefallene produktionen werden legen sondern einfach irgendwie mal so ein bisschen drauf los für mich glaube das sowieso ein bisschen besser ein bisschen authentischer weil man so direkt ins leben und wieso mit reingucken kann aber sorry verzeiht mir dass das jetzt schon wieder kein video gekommen ist aber es war heute einfach für echt nicht so mein tag aber schreibt mir gerne in die kommentare wie war euer tag heute habt ihr irgendwie bessere erfahrungen gemacht oder kriegt ihr jetzt langsam auch schon so ein lagerkoller bis denn ciao